so weiter geht's mit assassin's quid origins wir machen weiter und wollen uns natürlich den nächsten verlag ist angeln der da ist der fremde 28 und wäre machbar sein wir müssen hier noch einen aufsteigen wir müssen auf 31 hoch wir könnten zwei zwei verlag ist ein rutsch holen aber ich möchte erst mal gerne den ein damit nehmen dann haben wir nämlich ruhe den suche ich sogar bewusst auf gestellt muss man nicht wo es mal ein wo es mal ein weiter Ich weiß nicht, hier. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und. so wie lange besiegt der fremde das war mir fast klar dass ich jetzt noch kattiere schnell so abflug so haben wir das auch ja es ist relativ einfach die zu besiegen jetzt mittlerweile wenn man weiß wie es geht und zwar müsst ihr müsst ihr auf dem reittier bleiben auf eurem reittier bleiben ihr dürft nicht runter wenn ihr runter fallt oder runter geht dann habt ihr fast schon verloren egal wie viel level ihr drüber seid aber wie gesagt wenn ihr wenn ihr bereit hier bleibt dieser schnell zu besiegen wie gesagt ich habe es ja gerade vorgemacht wie schnell ich den jetzt da und ich habe da war noch ein oder zwei die auch bis ich glaube wir haben jetzt 44 wir werden sie mit wahrscheinlicher sicherheit nicht alle machen das muss gucken da war ich hin und ich muss nur gerade ganz kurz mein zeugs sammeln wie kann ich helfen auffüllen haben wir noch irgendwas was was brauchen können könnte schiller bogen ja großartiges schild ja ist das halt ja die klinge brauchen wir auch das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht der legendäre sperr ja wir haben zwei davon dann verkaufen wir den hier ich verticke gerade so ein paar bisschen zeugs ich nehme es alles weg äh ne kuburgif brauchen wir noch weil äh wir müssen so dann haben wir das auch dann haben wir auch den philakis der hier so umgeisterte wir können in der nächsten folge eh mal ähm das dilemma der bäckerin machen ich glaube der nächste ist 30 oder der nächste wäre level 30 wenn ich es richtig habe das war jetzt der 28er der fremde ansonsten ich muss müssen gerade mal durchgucken oder um einen rumgeistern haben der mann hier der berg der fehlt der fehlt noch ein paar level das können wir machen weil wir 33 34 sind 35 habe ich auch schon vorhin mal rumgeistern sehen aber den brauchen wir gerade nicht krass hätte ich auch nicht gedacht dass wir den aber wir holen uns mal da hoch hieraklion da müssen wir ganz weit laufen und fahren und äh was heißt fahren aber reiten da müssen wir ganz schönes stück laufen so ich gucke gerade ob wir noch mal irgendwas haben aber eigentlich wie gesagt 32 35 habe ich schon gesehen aber der 30er müsste doch irgendwo rumgeistern der eigentlich müsste der sicher dass doch nicht noch mal einer irgendwo ist was haben wir denn hier das halbe horn level 38 okay ach das ist eine bekannte von mir ich freue mich mit der wir zusammen ach die sind alle hier warum auch immer auch irgendwelche fotos oder so gemacht okay naja gut okay war eine kurze folge nur weil wir ein bisschen zeugs in den beigemacht haben ich bin dann mal raus heute wir sehen uns in der nächsten folge wieder und dann machen wir uns auf den langen weg nach herkler heraklion und dann zu kleopatra und dann ja mal schauen ich bin mal raus heute wir sehen uns wieder morgen um zwölf bis dann tschüss abonniere 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 abonniere